Im letzten Video haben wir uns hier für Freenet einen Passworteintrag oder allgemein einen Eintrag hier bei KeyPass eingefügt und jetzt wollen wir uns natürlich automatisch mit diesem Eintrag einloggen. Also wir wollen noch eine Tastenkombination drücken und dann eingeloggt sein. Und das kann man konfigurieren, indem man hier oben unter Extras, Optionen geht und hier gibt es diesen Schalter Integration und da gibt es den Hotkey globalen Autotype. Der steht standardmäßig auf Steuerung Alt und A. Das kann man so lassen. Meine bevorzugte Kombination ist allerdings Steuerung Shift und OEM Backslash. Also die sind diese zwei Pfeilchen neben der Shift Taste. Das ist direkt rechts von der Großschreibtaste. Das nennt sich OEM Backslash. Genau, also das ist meine Kombination. Ihr könnt euch da eine raussuchen. Also das ist die Tastenkombination, die ihr dann später braucht, um euch bei einer Seite einzuloggen. Das bestätige ich jetzt erstmal mit OK. Das ist eine Einstellung, die müssen wir nur einmal machen und nicht für jeden Eintrag extra. Das ist eine globale Einstellung. So, was brauchen wir jetzt noch? Ich mache jetzt mal meinen Eintrag auf und hier gibt es den Reiter Autotype. Und Autotype muss aktiviert sein und Standard Autotype Sequenz benutzen lassen wir auch mal drin. Das ist, das erkläre ich dann später im nächsten Video. Und wir müssen jetzt hier noch einstellen, wann dieser Autotype angewendet wird. Dazu muss ich auf die Seite gehen oder das Programm öffnen, bei dem ich es anwenden möchte. Jetzt in dem Fall hier bei Freenet. Und hier auf der rechten Seite habe ich mein Login-Fensterchen. So, dazu öffne ich jetzt nochmal KeyPass und klicke hier auf Hinzufügen. Klappe hier das Zielfenster auf und hier habe ich genau mein Freenet-Fenster drin. Hier sind alle Fenster offen, die im Moment so offen sind auf dem Computer. Und einer davon ist nämlich das Freenet-Fenster. Das klicke ich jetzt an und genau dann bei diesem Fenster würde dann der Autotype funktionieren. Jetzt gebe ich euch aber gleich einen Tipp mit auf den Weg. Hier hinten steht Google Chrome. Das macht jeder Browser so. Zum Beispiel Firefox wird hier Firefox stehen. Das heißt, wenn ich dann mal in Firefox die Seite aufmache, würde dieser Eintrag nicht mehr funktionieren. Deshalb kann ich das einfach wegnehmen bis hier hin und mach stattdessen ein Sternchen hin. Dann kann danach kommen, was will. Jetzt heißt unsere Seite Freenet.de. Jetzt brauche ich also diesen ganzen Klumbatsch hier auch nicht mehr. Den kann ich auch weglöschen. Es muss also immer nur ein Sternchen hier hinten sein. Egal was für eine Seite. Wenn ich jetzt eine Seite aufmache, die eben irgendwas mit Freenet.de am Anfang heißt, wird dieser Autotype-Eintrag benutzt und das will ich ja auch. Also immer wenn ich auf Freenet bin, dann habe ich ja vermutlich dieses Benutzerkonto. Also reicht das hier genauso aus. Ich kann das erstmal mit OK bestätigen. Das bestätige ich jetzt auch mit OK. Jetzt gehe ich auf die Freenet-Seite, klicke hier in das Feld E-Mail-Adresse. Also ich muss mit der Maus da drin stehen, wo getippt werden soll. Und jetzt drücke ich diese Tastenkombination, die ich mir vorher festgelegt habe. Also bei mir STRG, SHIFT und diese Pfeilchentaste und er loggt sich damit automatisch bei mir ein.